Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr infrage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Wissenschaft und Medizin muss immer hinterfragt werden. Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir keine Wissenschaft mehr. Dann haben wir wirklich eine Diktatur oder eine Autokratie oder wie man das immer nennen kann. Oder wir haben eine Religion. Wir haben Dogmen. Aber wir sind weit von der Wissenschaft entfernt. Und das ist auch das, was wir gemacht haben. Wir sind weit von der Wissenschaft entfernt. Hallo Community. Ich mache es kurz. Ich möchte Werbung machen für einen Film. Und zwar einen Film von Kai Stuth. Der hat sich wie kein anderer die letzten Jahre mit Corona auseinandergesetzt. Die Maßnahmen, die Impfungen, die Werbekampagnen und die Folgen. Und hat mit 100 Ärzten ein Interview gemacht. Und daraus ist jetzt eine lange Reportage entstanden. Also ein Puzzle der ganzen Zeit. Können 100 Ärzte lügen. Ich habe diesen Film schon gesehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich geschockt. Vieles von dem, was ich dort sah, habe ich ja schon verdrängt gehabt. Und ich konnte erkennen, wie dicht wir am Pharmafaschismus vorbeigeschrammt sind. Und es ist davon auszugehen, dass es einen neuen Anlauf geben wird. Und wenn ihr Interesse habt, ja, dieses historische Werk, ein Meisterwerk, kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann tut euch den Gefallen. Wenn der Film Public geht, verbreitet ihn, sprecht darüber und unterstützt Kai Stuth, denn er ist hier in Vorleistung gegangen. Wir müssen diesen Film refinanzieren, damit neue Filme entstehen können. ARD und ZDF machen das eben nicht. Das müssen wir machen, aber es geht eben nur, wenn jeder sich daran beteiligt. Können 100 Ärzte lügen. Schaut euch das an. Es wird euch wirklich von den Socken hauen. Ihr werdet baff dastehen und denken, Mann, wie weit die da oben gekommen sind. Das darf nie wieder so weit kommen und unterstützt die Filmemacher mit einer Kleinstspende. Vielen Dank und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen. Bis zum nächsten Mal.